Und wenn man hier die Gassen entlang geht, auf der Hauptinsel, dann kommt man auch zu den schönen Stränden. Und das Wasser ist unfassbar, klar und schön. Da ist schon einer dieser ultimativen schönen Strände. Untertitelung des ZDF, 2020 So wie es hier aussieht an den Stränden ist einfach fantastisch, gigantisch. Ich habe wirklich noch nie in echt so klares Wasser gesehen und so weichen Sand. Das heißt auch wenn du hier nicht auf die anderen Inseln rausfährst mit einem Boot, dann kann man es hier auch ziemlich gut aushalten. Und ich muss mir jetzt noch eine von diesen leckeren Kokosdüssen holen, wo ich am Anfang dachte, die füllen da irgendeinen Saft rein, weil die so gut sind. Und dabei hacken die diese Kokosnüsse frisch vor einem auf und ja, es ist wirklich kein Saft da drinnen, sondern echt schau. Schauen wir, ob ich da wen finde und ob das schon offen hat. Hallo, kann ich einen großen Kokosnüsse kaufen? Danke. Ist es okay, ich verfehle, wie du es öffnest? Ist es okay, ich verfehle, wie du es öffnest? Ein Video? Okay. Vielen Dank. Okay. Oh! Oh, sehr gut, vielen Dank. 65. Was ist das? 40. 40? 40. 40. 40. 40. 40. 50. 30. 40. 25. 32. 31. 32. 32. 33. jetzt muss sie wieder machen. Fun Fact, ihr wisst, ich habe nur die rote Hose mit. Und ja, eigentlich kein Fun Fact, sondern das Geheimnis ist, ich habe jetzt gerade nur die Unterhose an. Aber das Shirt ist so lang, dass man es nicht sieht. Und ja, die muss gewaschen werden. Ich hatte zwischendurch, da hast du es in den Videos vielleicht gesehen, eine andere, so eine blaue, aber die habe ich dann irgendwo vergessen, verloren, die ist verschwunden. Und keine Ahnung wieso, aber alles, was ich mir hier persönlich zulege, behält sich Thailand irgendwie. Also die Hose, dann hatte ich ein Armband, das ging beim Schwimmen in Kao Sok verloren. Mein ultracooler Raidenhut, dieser Bambushut, den habe ich irgendwo beim Auto im Taxi vergessen, hinten im Kofferraum. Und die Kette, die ich rum habe, ist der einzige Teil, was jetzt übrig geblieben ist, was ich mir gekauft habe. Und auch das ist beim Schwimmen schon öfters da irgendwo hinten getrieben und habe gemerkt, oh, die ist ja gar nicht mehr oben. Und ich glaube, ich bin schon zu weit gegangen. Das ist dahinter. Ich muss noch mal unten drin. Bis gleich. Ah, davon ist es schon. Und zwar 1,50 Kilo. Aber mal sehen, dass diese Herrschaften hier mich tun können und Laundry Action Style. Hallo, sind Sie hier Laundry? Wie lange dauert es? Um, 3,50 Kilo. Um, 5,00 Kilo? Ja, morgen. Um, morgen 5.00 Kilo? Okay, das ist ziemlich lang, weil ich etwas in die Früh, nicht so schnell wie möglich. Was Zeit? Um, morgen 9 Uhr in die Früh? Ja. Das wird gut? Ja. Ok, das ist es. Okay, geschafft, abgegeben, insgesamt 90 Baht und weil es nicht ganz zwei Kilo waren, und schön langsam geht hier die Pee Pee Islands Serie zu Ende und ich denke ich nehme euch noch heute Abend mit zum Viewpoint, ich muss jetzt noch etwas arbeiten, die Videos für YouTube bearbeiten und von hier aus sieht man es noch nicht ganz, aber da wo ich wohne, hinten oben am Berg ist dann der Viewpoint und da können wir nochmal über die ganzen Pee Pee Islands drüber sehen und ja, nehme ich euch dann mit am Abend. Jetzt noch bei der Laundry Frau diesen coolen Energy Drink gekauft, den trinke ich ja immer oder so ähnliche, denn die haben es voll drauf, die schmecken so gut, extrem, wenn ihr da seid und Energy Drink Fans seid, dann müsst ihr diesen Links da probieren. Ich habe sogar ein Gerücht oder eine Story gehört, das behauptet oft jeder von sich, dass sie in Bangkok, Thailand die eigentliche geheime Red Bull Formel von Österreich entdeckt haben, erfunden haben, weil immer wenn sie fragen, wo ist Österreich, dann sage ich, kennst du Arnold Schwarzenegger, da komme ich her, kennst du Red Bull, das kommt von uns und dann, ah Red Bull, ja, da gibt es ja die Story, das wurde ja auch in Bangkok erfunden, die geheime Formel, ne, alle sagen das immer, der Mathe-Schütz-Lü war das, oder? Zuhause im Keller, ne, ok, da vorne über mein Bungalow und ich arbeite jetzt ein bisschen was. Ah, und da von der Veranda aus kann man Viewpoint sogar sehen, ich zeige euch das nur kurz, da wandere ich dann am Abend drauf. Und je nachdem welches Objektiv du hast, das steht auch für ein Objektiv, hast du die geringste oder die offenste Blende? Hm? Ah, du meinst genug gearbeitet? Für heute? Ah, wegen dem Viewpoint, die Sonne steht schon tief, stimmt. Shit, vielleicht sollten wir uns da beeilen. Ja, na dann los geht's, oder? Zum Viewpoint. So, ich bin also auf dem Weg zum Viewpoint, das ist wieder mal heißer als ich dachte und weiter als ich dachte, aber leider bringt das auch die Videoserie Pipi und meinen Aufenthalt hier zu einem Ende. Wie immer ist das traurig, aber ich erzähle jetzt noch gerne, was du wissen solltest oder wissen musst, wenn du nach Pipi reisen möchtest in Thailand. Generell sehr cool, aber die eigentliche Insel, wo hier alle leben, die ist eigentlich nicht ganz so cool, denn da geht alles ab. Es sind lauter Stände links und rechts, auch viel Party am Abend und ganz viel los, Restaurants, alles sogar, was mich am meisten verwundert hat, Burger King und McDonalds. Jetzt hier auf dieser kleinen Inselkette. Und ja, dann habe ich gemerkt, hier gibt es keine Straßen außer diese hier. Die ganze Insel geht man eigentlich ab in 20 Minuten und dann hat man eigentlich die ganze Insel gesehen. Es gibt keine Straßen, keine Autos, keine Mopeds, nur auf dieser hier zum Viewpoint braucht. Und das ist auch eine Eigenheit dieser Insel. Das muss ich erstmal checken, denn man kommt hier nur mit dem Boot zu den schönen Orten. Es gibt hier zwar auch stationär Strände, wo man hingehen kann, auch sehr schön, aber viele Leute, sehr viel los. Und ansonsten eben kommen wir nur mit einer Bootstour, wo entweder je nach Bootsgröße sehr viele Leute, aber zumindest eine Menschengruppe an Bord ist. Die grasen dann wortwörtlich alle schönen Inseln ab, alle Strände und so weiter. Dann kann man da kurz schnorchen gehen, kurz ins Wasser springen und Drinks haben die auch von Tour zu Tour verschieden. Oder manche Partyboote, manche eher auf ruhig Sightseeing. Und ich musste mich entscheiden, das oder die private Bootmittung mit meinem Bootmann Marco. Und das habe ich gemacht, bereue ich nicht. Und den Marco, den möchte ich euch empfehlen. Ich verdiene hier nichts, aber das ist ein cooler Typ. Und wenn ihr hier seid, kontaktiert sind, ich habe ihn kurz an meiner Instagram Story erwähnt, blende ich aber das hier nochmal ein, auch seine Nummer. Den könnt ihr auch über WhatsApp herbei. So, steil hier. Und immer eine WhatsApp Nachricht schicken, falls ihr wirklich mal hier seid. Okay, ich stehe wieder an vor der nächsten Abenteuer-Tour und das ist mein Bootsmann, der Marco. Hallo. Also, wenn ihr ein Boot braucht, ich schicke euch dann die Nummer und ihr seid auf Phi Phi Islands, dann ist er der Mann für ein Taxiboot, für ein privates Boot. Egal wo ihr hin möchtet, er bringt euch hin. Yeah. Sure. Denn ich habe so eine einzelne Privat-Boot-Tour auch mit jemand anders gemacht. Und das war jetzt nicht die coole Experience. Er wollte halt nur seinen Job erledigen. Kurz, aha, ja, da, da, da und dann wieder zurück. Marco, ganz anders. Dann sage ich, hey Marco, können wir heute ein Bootstour machen? Bringst du mich dort und dort hin? Ja, passt. Und ich möchte dort sein um, keine Ahnung, 9 Uhr morgens, hol mich ab um 4 Uhr nachmittags. Ja, passt, mach mal, der ist lustig drauf am Boot. Und wie ein Kumpel und kostet nur 1500 Baht. Sind, keine Ahnung. 30, 40 Euro für einen Tag im Paradies, wo ich alleine habe an den Stränden. Das ist ja nicht unbezahlbar. Sind das Peanuts. Und, ja. Kann ich auch empfehlen, wenn das nicht eine Sache ist, müsste ja diese Gruppentouren machen mit dem Boot. Da gibt es Tausende hier. Also die Insel selber ist hier überfüllt. Und, ja, die schönen Orte. Was ich leider ausgelassen habe, Bamboo Island, Monkey Beach, wo die Affen sind. Aber da waren, dieses Mal wie ich hier war, keine, habe ich gehört. Bamboo Island auch sehr schön, aber super viele Leute. Also, ich habe mir das Beste rausgesucht und habe so meine Zeit hier gestaltet. Etwas Trauriges noch nebenbei. Ich habe gestern Abend wieder einmal recherchiert, weil ich mich erinnert habe. Hier war ja auch die Tsunami extrem stark. Die hat hier total schlimm eingeschlagen. Alles niedergemetzelt. Und ich bin genau dort sehr oft essen gewesen und gestanden. Wo dann das Wasser, ich habe es auf den Videos auf YouTube gesehen. Könnt ihr euch noch mal anschauen. Von 2004, glaube ich war es. Kilometer weit rausging. Die Leute wussten nicht, was los ist. Gingen auch raus. Und dann plötzlich kam diese gewaltige Riesenwelle. Und die wussten noch immer nicht, was da auf sie zukommt. Die standen bis zum letzten Moment da. Und sind dann einfach weggefegt worden. Und wilde Bilder. Und hier zu sein. Und dann das in Erinnerung zu rufen. Das ist heftig. Und die haben das alles wieder aufgebaut. Ja, traurige Sache. Okay. Sonst gibt es hier tausende Katzen. Und ich habe auch gefragt, warum das so ist. Sogar so, wenn es beim Supermarkt war, dass einmal bei euch einkaufen. Und am Pult. Also beim Bezahlen. So heiß. So heiß. Noch über 30 Grad hier am Abend. Und dann noch wandern. Am Pult. Beim Einkaufen. Wie ich gezahlt habe. Sitzt die Katze dort. Und wird gefüttert. Nebenbei zahlt man. Und so. Warum ist das so? Meinen die ja hier sind sehr viele Muslime. Und die dürfen keine Hunde haben. Ich habe auch keine Hunde gesehen hier. Deswegen verehren und lieben die die Katzen so. Die schlafen tagsüber auch so. Wie Betrunkene. So am Rücken. An jeder Ecke. Lustig eigentlich. Ja. Im Großen und Ganzen war es das. Und. Wenn du neu bist auf meinem. Ah. Ich verrate dir noch den Namen. Das bin ich dir vielleicht noch schuldig. Diese geheimen Strände. Die sind nicht mehr so geheim. Heute sage ich mit Google Maps. Google Earth. Kann man alles so schnell ausfindig machen. Aber ich hatte das Glück. Ich war trotzdem dort immer. Meiste Zeit alleine. Losama Bay. Von diesem Video hier. In einen neuen Tab aufmachen. Sonst schmeiße ich YouTube raus. Und Wang Long Bay. Vom ersten Bootstag mit dem Marco. Cool. Ja. Im Großen und Ganzen war es das. Wenn du neu bist auf meinem Kanal. Die anderen die mit an Bord sind wissen es schon. Das sind alles coole Leute. Die kennen es schon. Aber hier. Und bei mir auf meinem Scott Wade Wilson YouTube Kanal wird nicht gebettelt um Abos. Ist auf YouTube schon überstrapaziert. Trotzdem würde ich mich wenn du neu bist. Mich extrem extrem freuen. Wenn du meinen Kanal abonnieren würdest. Ja. Auch kommentieren ist kein Muss. Das kannst du auch wenn du möchtest. Das musst du auch nicht. Das ist dein Leben. Das ist natürlich deine freie Entscheidung. Auf Instagram habe ich viele coole Fotos gepostet. Und kannst immer gerne vorbeischauen. Auch das ist kein Muss. Sonst egal wie du es ansiehst. Ich wünsche dir einen schönen Morgen. Schönen Tag. Schönen Abend. Und wir sehen uns definitiv im nächsten Video. Und ich schaue jetzt noch mir den schönen Sonnenuntergang hier an. Alles Gute und bis bald. Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo, ich melde mich jetzt das allerletzte Mal aus Thailand, eigentlich sehr traurig. Ja, jetzt steige ich dann in den Flieger, in einer Stunde geht der zuerst nach Zürich in die Schweiz und dann ist ein Zug organisiert nach Wien. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.